Seacrouds 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 Nochmal ein bisschen verändert auf 113 mm. Wenn ich mich recht entsinne, nagelt mich bitte nicht fest. Ich habe es jetzt nicht vorher nochmal genau nachgeguckt. Ich glaube, wann 113 mm, damit das historisch korrekt ist. So, dann wurde eine Reparaturmannschaft hinzugefügt für diese beiden Schiffe. Also Zerstörer im Forschungsbaum, die in Zukunft eine Reparaturmannschaft haben. Sehr, sehr interessante Herangehensweise. Anzahl der Aufladungen Standard 1, Premium 2, hält 14 Sekunden lang. Also 14 Sekunden lang repariert ihr immer 1 HP pro Sekunde. Ist also ganz ordentlich. Auch da wieder 3 Minuten und 2 Minuten Abklingzeit. Mit den HP-Granaten hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es noch Änderungen im Nebel. Das war auch noch hier mit dabei. Wo ist es denn gleich noch? Genau, die Nachladezeit des Nebelwerfers für britische Zerstörer wird verändert. Und zwar vom ersten Auslösen, also bis der Nebel ausgeworfen wurde, bis der nächste Nebel wieder verfügbar ist, sind 10 Sekunden raufgepackt worden. Das heißt, ihr könnt nicht mehr so einfach im Nebel bleiben und erscheint quasi gar nicht auf der Gefechtsoberfläche. Sondern, also theoretisch, wenn man clever fährt, erscheint man ja quasi gar nicht. Wenn man torpediert zum Beispiel. Dann, ja, das wurde eben verändert. Und der Wendekreisradius wurde auch nochmal überarbeitet. Der wurde nämlich nicht so umgesetzt von der Spielphysik, wie das eigentlich sein sollte. Und überschoss den Wendekreis immer um 40 bis 60 Meter, was ganz ordentlich ist. Ja, das sind die Änderungen für die britischen TDs. Ich finde, die haben nochmal ein bisschen was an Besonderheit da reingebracht. Ja, auch durch die anderen Abprallwinkel zum Beispiel. Ich finde es ganz interessant, dass die Schiffe nur auf 3 Kilometer sichtbar sind. Und so weit, wie die Torpedos sind. Also, gucken wir mal, wie sich die dann spielen werden. Ich freue mich auf die Dinger. Und kommen wir dann schon zu dem nächsten Thema. Und das nächste Thema ist die Le Terrible und die Jambas. Ich hoffe, ihr habt das jetzt vernünftig, französisch betont. Und ja, da gibt es halt die Veränderung, dass die Le Terrible eher ein Zerstörer war, der in der Vergangenheit bei den Testergebnissen deutlich hinter seinen Pendants auf der Tierebene zurückhängt. Und jetzt wird sie stärker gemacht. Die Ladezeit der Hauptgeschütze wird verkürzt von 7 auf 6 Sekunden. Ihr könnt weiter schießen, nämlich 12,27 statt 11,24, also über einen Kilometer, dazugepackt. Die Drehgeschwindigkeit wird um 3 Grad pro Sekunde erhöht. Damit seid ihr einfach kampfiger, ihr seid beweglicher. Und ja, die Schusswinkel werden verbessert. Also generell wird eigentlich alles fast verbessert. Außer, dass ihr den Nebelwerfer verliert. Ihr habt also bessere Torpedos habt ihr auch. Nachladezeit ist fast wie bei den Deutschen von 90 auf 77 Sekunden reduziert. Also sehr, sehr schnell nachladen. 8 Kilometer Reichweite ist ganz ordentlich. 18.000 Schaden ganz ordentlich. Die Geschwindigkeit ist ganz super. Aber ihr verliert den Nebelwerfer. Das heißt, ihr seid dann eher eine Ballerbude. Ja, oder müsst halt wirklich aufs Safe spielen. Wenn ihr Torpen wollt und das verdeckt tun wollt, dann müsst ihr wirklich drauf sein, sage ich jetzt mal. Damit das eben klappt. Sonst ist es eher so ein, sagen wir mal, russische Spielweise, würde ich fast sagen. Auf größere Kampfentfernung fahren und von da aus die gegnerischen Schiffe anzünden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Brandwahrscheinlichkeit ist. Wird hier nicht erwähnen, ob da was verändert wurde. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn das Schiff ins Spiel kommt. Ich weiß nicht, mir fehlt der Nebelwerfer so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ob der Zerstörer was für mich ist. Aber gut, man muss seine Spielweise auch immer ein bisschen adaptieren. Kommen wir zum nächsten Thema. Zambar. Da ist immer noch ein bisschen was zu viel an Power in dem Schiff. Ihr hattet ja schon mal mitbekommen, jetzt wurde er schon vor kurzer Zeit einmal genervt. Also verschlechtert sozusagen. Und jetzt wird es nochmal leicht verschlechtert. Nämlich der Sigma-Wert, der ursprünglich bei 2,1 lag, war dann auf 2,0 gesenkt worden, ist jetzt auf 1,9 gesenkt worden. Damit ist er immer noch ganz weit weg von der Elsass. Ja, aber er wird halt mal ein bisschen runter genervt. Gerade durch die Kombination mit der schnell schießenden Hauptbewaffnung und dem Nachladebeschleuniger ist das natürlich schon, ja, eine gewisse Gefahr. Vielleicht auch zu viel, der durchschnittliche Schaden liegt zu hoch. Deswegen wird das eben angepasst. Und dann kommen wir zum dritten Entwicklungspost. Der geht um die Alaska. Die Alaska fährt auch eine, überwiegend einen Buff. Nämlich die Ruderstellzeit wird verkürzt um 7 Zehntel. Die Erkennung wird reduziert, also von 16,2, also 500 Meter reduziert, 700 Meter, Entschuldigung, auf 15,5 Kilometer reduziert. Die Erkennung beim Feuern im Nebel, auch ganz interessant, wird auch weiter reduziert. Die Rotationsgeschwindigkeit der Geschütze wird erhöht. Also ihr legt mehr Grad pro Sekunde zurück, nämlich ganze 6. Und die Feuerwinkel, das heißt, wie weit ihr den Turm drehen könnt und immer noch schießen könnt, nach links, rechts, wird auch vergrößert. Der Nerf kommt aber gleich dazu. Und zwar nicht nur bei der Alaska, sondern bei der Schalingrad und bei der Kronstadt. Nämlich auch, da wird die Branddauer von 30 Sekunden auf 45 Sekunden erhöht. Das heißt nichts anderes. Kreuzer brennen generell 30 Sekunden, Schlachtschiffe eigentlich 60 Sekunden als Basiswert. Und es gibt so Ausnahmekreuzer, wie zum Beispiel jetzt die Alaska, Schalingrad, Kronstadt und zum Beispiel aber auch die Graf Spee. Die brennen 45 Sekunden, weil sie eben genauso ein Mittelding sind. Sie sind so ein halber Schlachtkreuzer, sage ich jetzt einfach mal. Und das soll damit dann auch angepasst werden. Die haben wahrscheinlich ein bisschen zu lang überlebt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Und da freut ihr euch alle schon drüber. Wer es noch nicht gelesen hat, der bekommt es jetzt beigepult von mir. Die World of Warships Jubiläum. Wir sind jetzt quasi in der Jubiläumswoche. Vom 14. bis 21.09. zählen die ganzen Themen, die wir euch jetzt hier nahe bringen wollen. Dann, vom 14. bis 21. September, lockt ihr euch einfach jeden Tag ins Spiel ein und fahrt ein Gefecht. Und dann bekommt ihr für jeden Tag einen Tag Prämio-Spielzeit geschenkt. Das sind schon mal sieben Tage, die ihr da einfach mal so mitnehmen könnt. Dann, Rabatte und Bonis. Ganz die übliche Geschichte, die Umwandlung von Dublonen in Credits von 1500 auf 2000 Credits erhöht für eine Dublone. Dann haben wir hier natürlich die Umwandlung der XP. Ja, das ist dann wieder von 25 XP für eine Dublone auf 35 erhöht worden. Also auch eine ganz ordentliche Nummer. Und dazu kommen noch weitere Punkte, die ich jetzt hier peu a peu für euch nochmal erkläre. Weil da steckt mir ja schon, das ist ja schon wieder so eine Latte. Da ist schon ein bisschen viel fast. Für den ersten Sieg des Tages gibt es 200% EP als Bonus. Ja, das heißt, wenn man jetzt T9 Schiffe zum Beispiel hat, sollte man ruhig mal T9 Schiff fahren. Und kann dann möglicherweise sich hocharbeiten zum T10 Schiff. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Da gibt es nämlich ordentlich Rabatte, wenn man sich jetzt ein T10 Schiff kaufen muss oder möchte. Also wer jetzt ein bisschen gespart hat an Silber, der kann jetzt, ist der jetzt perfekte Zeitpunkt, und kann seine Schiffe kaufen. Auch bei anderen Tierstufen gibt es Rabatte. Gehen wir weiter durch. 60% Dublonen-Kostenrabattierung für Liegeplätze. Wer noch keine hat, sollte jetzt vielleicht mal 1, 2, 3, 4, 5 sich zulegen. In der Regel bekommt man die aber relativ intensiv geschenkt, sage ich jetzt mal. Also bei mir war es zumindest so, ich muss mir so gut wie keine Liegeplätze kaufen. Dann erforschbare Schiffe von T2 bis T5 gibt es 50% Dublonen-Rabatt. Also die ganz normalen, die, die durch den Forschungsbaum eben durchgehen. Darum gibt man ja auch immer noch mal ein paar Credits für aus. Die sind günstiger. Dann gibt es Dublonen-Rabatte für alle Premium-Schiffe von T2 bis T5. Und zwar ganze 50% weniger Dublonen müsst ihr bezahlen für diese Schiffe. Also da werde ich definitiv nochmal durchgucken, ob ich nicht noch ein bisschen was an Schiffen brauche oder schon immer mal überlegt habe, das ist schon richtig geil. Ja, dann haben wir hier erforschbare Schiffe T6 und T7 gibt es 30% Credit-Punkte rabattiert. Bei den Premium-Schiffen gibt es 30% für ein T6 bis T7. Also vielleicht schon in der Scharenhorst ist um 30% in Dublonen reduziert, wenn sie denn jetzt in dem Premium-Store in-game wohlgemerkt verfügbar ist für Dublonen. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Dann gibt es erforschbare Schiffe T8 bis T10 15% Credit-Punkte rabatt. Das ist also eine richtig geile Nummer. Ihr habt die ganze nächste Woche Zeit. Also das geht bis 21.09. So lese ich das. Wenn man das hier oben richtig interpretiert, dann, also so interpretiere ich zumindest, dass das die ganze Woche so ist, dieses Angebot. Dann gibt es auch da für die Premium-Schiffe T8 bis T10 natürlich Dublonen-Rabatt. Ja, heißt, wenn man sich eine Tierpitz kaufen möchte, kann man jetzt in-game für 15% weniger Dublonen die Tierpitz kaufen. Dann gibt es minus 60% Kosten auf Premium-Verbrauchsmaterialien in Credits oder in Dublonen. Also das bedeutet Schadensbegrenzungsteam 2, Reparaturmannschaft 2, was auch immer, defensive Flakfeuer 2. All so ein ganzer Kram kostet 60% weniger. Ja, egal ob ihr Dublonen oder in Credits dafür benutzt. Und dazu kommen dann nochmal, dann könnt ihr Tarnungen kaufen. Ihr könnt euch Tarnungen auf Vorrat kaufen, glaube ich. Und da gibt es 60%. Typ 1 ist das mit der Erkennbarkeit zu Wasser. Typ 2 ist das mit der Streuung. Typ 5 ist beides. Also Streuung und Erkennbarkeit zu Wasser. Typ 6 ist auch beides. Plus 100% EP. Und Typ 59, davon kann man sich aber nur zwei Stück überhaupt so kaufen, zu günstigen Preisen. Da gibt es sogar 200% EP on top. Und die Streuung und Erkennbarkeit ist da auch reduziert. So, und dann geht es weiter. Kampfaufträge. Lasst uns feiern. Ja, ein Tag Premium-Spielzeit. Gewinnt ein Gefecht. Gibt es eben das on top. Das stand ja oben schon. Ja, 25 Tarnmuster. World of Warships Jubiläum. Gibt es dann auch nochmal, wenn ihr ein Gefecht gewinnt. Dann Schiffseinschränkungen T5 bis T10 in allen möglichen Gefechtsformen. Unternehmen, Zufall, Gewertete, Klangefechte und Koop-Gefechte. Übrigens habe ich eben gerade falsch gesagt. Die einen Tag Premium-Spielzeit gibt es on top zu eurem Gefecht da oben. Weil das Gefecht da oben müsstet ihr gar nicht gewinnen. Ja, da seid ihr, ihr müsst nur an einem Gefecht teilnehmen und bekommt Premium-Spielzeit. Hier geht es darum, ein Gefecht zu gewinnen. Und dann bekommt ihr nochmal einen Tag Premium-Spielzeit. Und diese ganzen Bonis mit 25 Tarnmuster, World of Warships Jubiläum. Ihr könnt diesen Kampfauftrag nur einmal abschließen. Das heißt, ihr macht den jetzt am Samstag, also morgen oder am Sonntag oder eben im Laufe der nächsten Woche. Und kriegt dann diese Sache einmal gutgeschrieben. Also ihr könnt jetzt nicht immer wieder 25 Tarnmuster freispielen. Und dann geht es weiter mit Kampfauftrag 333. Ein gegnerisches Schiff versenken im Gefecht. Gebt 333 Credit-Punkte. T5, T10 ist die Stufe. Und auch wieder alle möglichen Gefechte. Unternehmenszufall gewertet. Klangefechte und Co-Abgefechte. Das ist dreimal möglich. Also zuschlagen heißt das. Ja, ordentlich einputtern hier. Dann könnt ihr nämlich eine Million Credit knapp. Also 999.999 Credits mitnehmen. So, und wenn ihr stolzer Besitzer von T10 Schiffen seid, dann habt ihr die Möglichkeit, mit jedem Schiff einfach mal in See stechen, eine Runde fahren, gewinnen oder verlieren, scheißegal. Und ihr habt einen Supercontainer nach dem Gefecht bei euch im Hafen stehen. Habt ihr also ein T10 Schiff, gibt es einen Container. Wart ihr mit beiden T10 Schiffen nacheinander, kriegt ihr zwei. Und so weiter und so weiter. Ja, auch da sind Co-Abgefechte, Klangefechte, alles möglich. Also da kann man sich dann frei aussuchen, wie man es eben möchte. So, hier ist das nochmal alles zusammen erklärt. Denn, es gibt noch einen Bonus. Habt ihr 1000 Gefechte gespielt in den letzten Monaten oder Wochen, manche brauchen dafür auch nur ein paar Tage, habe ich mir sagen lassen. So erhaltet ihr zusätzliche 10 Jubiläumstarnung für je 1000 Gefechte. Habt ihr dann weitere 1000 Gefechte, also 2000 Gefechte in Summe, gibt es dann nochmal besondere Signalflaggen jedes Typs. Also Drache, Ouroboros, Veyvan, Roter Drache und Hydra. In meinem Fall, ich habe 4500 Gefechte, bedeutet das, dass ich 3x5 diese Signalflaggen bekomme. Also 15x Hydra, 15x Drache und so weiter. Und eben ganz am Anfang die ersten 1000 eben die Jubiläumslackierung. Des Weiteren sind natürlich hier auch die ganzen Geschenkkontainer-Geschichten, Wochenend-Wahnsinnig-Glücklichen 3. Darüber hatten wir berichtet in der vergangenen Flaschenpost, weiterhin aktiv. Und dann gibt es Jubiläumsaufnäher, die jeder von euch da draußen bekommen kann. Seid ihr ein Jahr dabei, gibt es diesen hier oben, also ein Rohr oder einen Leuchtturm. Für verdienstvolle Leistungen gibt es eben, ich bin zwei Jahre dabei, seit August 2016, werde ich wahrscheinlich diesen Aufnäher bekommen. Und für drei Jahre eben den großen Geschützturm. Da oben Leuchtturm, da ist es, weiß ich nicht, Doppelleuchtturm und da ist es eben ein Drillingsgeschütz. Also auch ganz cool. Die Aufnäher werden dann mit der Veröffentlichung des Updates 079 gut geschrieben. Gut, und das sind die wichtigen Punkte. Ich hoffe, ich habe alles für euch einigermaßen offensichtlich und vernünftig erklärt. So, dass ihr da jetzt genau wisst, was ihr da draußen am Wochenende und den nächsten Tagen in World of Warships machen könnt, machen solltet. Pickt euch eure Sachen raus. Manchmal ist gar nicht alles so einfach möglich, wenn man nicht so viel Zeit hat. Vielleicht Family und so weiter. Die sind ja doch ein bisschen wichtiger. Oh, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, natürlich nicht. Wichtiger ist die Familie auf alle Fälle. Real Life geht immer vor, das ist auch bei uns hier im Clansuch. So führen wir unseren. Zumindest. So, und dann gibt es noch einen netten Hinweis. Am nächste Woche Donnerstag gibt es den Patch. Am 20.09. kommt Update 079. Und ich würde gerne von euch da draußen wissen, auf was freut ihr euch am meisten? Es gibt ja die britischen DDs, die man da gewinnen kann. Es gibt das Royal Navy Event, den umgebauten Londoner Hafen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Clan Base, die wahrscheinlich in den Client kommt. Worauf freut ihr euch? Würde mich einfach interessieren. Ich persönlich freue mich unheimlich auf die Clan Base. Die britischen DDs kommen gleich dahinter. Und danach ist eigentlich so alles andere auf Platz 3, sage ich jetzt einfach mal. Das ist das, worauf ich mich freue. Wie gesagt, ich würde euch gerne bitten, schreibt mir einfach zwei, drei Zeilen unter dieses YouTube-Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann, ja, lasst uns ein bisschen fachsimpeln. Wenn ihr vielleicht auch Fragen habt noch, dann beantworten wir die gerne bei YouTube. Wir beantworten die gerne auch bei Facebook. Ihr könnt uns über Twitter erreichen. Ihr könnt uns auch im Discord erreichen. Die Discord-Adresse steht alles unten in der Beschreibung drin. Ja, und jetzt heißt es, habt Spaß da draußen. Feiert das Jubiläum von World of Warships. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Seacrots Team, euer Maracher. Haut rein. Ciao, ciao. Seacrots. Bis zum nächsten Mal.